Du kannst doch auf der langen Geraden abtanken. Gib her, das Ding hier. Jo, ne, und da habt ihr gehört, würde ich sagen. Damit hallo und herzlich willkommen zu Bauer sucht, äh, nee. Sau. Schwiegertochter, äh, nee. Äh, hier, ne? Hier, Landwirtschafts-Anal-Integrator 19. Schwiegertochter von Bauer sucht, oder so? Genau. Ja, bei einer Folge hier von, ähm, hier, ne? Seide. Gib. Mit dem Landwirtschafts-Anal-Integrator 19. Und wie ihr gehört habt, ist natürlich wieder die Quatsch-Tante TH dabei. Hey. Und natürlich im Tantenratsch auch mit dabei der Daxter. Schon gar nicht. Und heute mal als Frau unterwegs der Luciga. Hallo. Hallo. Ja, so. Gut gerettet. Genau, gut gerettet, würde ich sagen. Hallo allerseits. Heute machen wir ein Farming-Tutorial. Ja. Und du musst mich lernen, ich bin, äh, der Italiener, äh, ne, Italiener nicht, äh, der Spanische Praktikant, äh, der, äh, aus, äh, Toulouse, äh, wo ich das eigentlich sei. Das war ein Teil, wieso hau ich das so ineinander? Egal. Ich bin Babelbipo, wie ich bin, ich bin tschechischer Austausch, äh, Praktikant. So, ich bin hier alleine auf die Straße, muss auf die Straße Strich gehen. Du willst ja mal Striche malen gehen. Ey, au, ey, ey, die vorne hier ganz schön, alter, hätte ich mich bald ja noch umgefahren. Gibt's hier ne Polizeistation oder sowas? Kannst du das melden? Du musst erst mal einen Hof beitreten, bevor du hier irgendwas machen kannst. Ne, ich dachte, das ist automatisch. Ach nee, habt ihr eine neue Karte? Wir haben es mal angetestet gestern. Aber dann haben wir wieder, ach, ich klinge das wieder. Warte, was muss ich jetzt drücken? Ach, du hast das Wasser angetestet. Stimmt. Das ist kein Konkurrenzhof, das ist ein schönes Miteinander. Ja, und dann irgendwann wird abgefackelt, weißt du, das ist ein schönes Inneinander. Was? Könnt ihr das bitte nochmal wiederholen? So, jetzt tappen wir ruhig durch die Dinger raus. So, jetzt bin ich eigentlich bei euch im Hof, ne? Ja, super. So, jetzt müsst ihr tappen. Oh, ich hab ein Auto. Bitte Motor starten, das war B. Enter. Ach nee, Enter. Das wäre jetzt ja Enter. Escape, Enter. So. So, und die Nummer 9 kann ich die Karte groß machen, ne? Klein, ganz weg, groß. So, und da können wir ja mal gucken. Ultraboost hast du bei Alt-Enferen. Stimmt, ja. Ultraboost, Alt-Enferen. Okay, muss schon werden. So. Oder Alte 4, je nachdem. Ich bin natürlich die coolste Sau hier auf der Form. Ich hab's genau gesehen, er ist voll übers Feld gefeuert. Noch ist ein Gate, Sau. Ich bin der Märchenprinz, Mama, Märchenprinz. In der Pro- Scheiße bin ich der Märchenprinz. Aber. So, ne? Drei Produktivitäten und ein Michael. So. Jetzt hier, aber die, die, die hier, die Straßenstriche sind aber nicht ganz so genau. Mensch, was ist denn das für eine Scheiß-Störung? Ah, scheiße, gut, mein, 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 mein Pad dran, Stich, Schlüsse. Da geht diese Televisse. Warum kann man die Schilder nicht umfahren? Weil die, weil die Michael safe sind. Das sind Gummischilder oder was? Die, die, die Michael sind Schilder. Oder freisch oder was? Warte, komm, da kommt er. Oh nein, ich seh ihn. Ciao. Hallo, ich muss praktikando. Hallo, wo darf ich mitmachen hier? Hallo, will auch mal. Ja, ganz schön. Kann ich auch was kriegen hier? Komm, lass mal rein, hier. So, auch was haben. Das ist schon mal für das Auto vom Feld runter. Was ist ja auch, warte, 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 hier so. Ganz hier, ganz hier. Kannst du rein, hier, will auch was hier mitgehen für meine polnischen Freunde. Will was hier, Schwarzmarktverkauf, komm. Mal rein hier. So geht das nicht. Das ist nicht uns, was bringt. Das ist nicht uns gehört, wir machen Leiharbeit. Achso. Macht Leiharbeit, also das ist ja echt für ein Arbeitsmarkt. Das ist nicht gut, was ihr da macht, ne? Das ist nicht gut. Lohn, hau weiter, nicht Leiharbeit. Au. Das ist Prostitution. Das ist ich halt, das klingt nicht eben so. Ja. So. Wir tun unsere Dienste aus und leihen für Geld. Jetzt muss ich eh nochmal hier einweisen. Einweisen. Wir haben leider nur mit zwei Sitzen, also. Du Sieger ist Profi. Ich nicht. Profi, Entschuldigung. Was, was willst du denn machen? Ich bin Praktikant. Pass mal auf. Die Lichter sind schön aus. Auf dem Hofstaus stellt er so ein großer, roter Traktor. Die Lichter sind schön aus. Was? Roter Traktor, okay. Auf dem Hof. Na? Den tust du jetzt erstmal anwerfen. Soll ich dir, soll ich ihm einen Kercher hinstellen? Ein großer Traktor. Ah, der ist ja, der ist ja. Mit, äh, Enton. So, da kannst du dich schon mal freuen, zwischen, der, für die Kraft und zu seinem A260 PS. Gah, ey, machen wir jetzt Track Race oder sowas? Nein. Okay. Ich stelle, ich stelle ihn erstmal an den Kercher hin. Äh, du kannst ihn aber mal auf dem Hof zeigen, was die Sehmaschine ist. Äh, ne Brille, brauch ich jetzt nicht. Ne, die Pilotbrille. Ne, die Sehmaschine, Mann. Ah. Ich bin der Mischenprinz, mein Mischenprinz. Wie ist das? Ich bin der Mischenprinz, mein Mischenprinz. Sieger wird mir zweimal angezeigt. Der hat ja mit seinem Traktor rum, der wird mir aber noch mitten auf dem Feld bei uns eingefallen. Steht hier bitte auf. Du bist jetzt der Kerl, oder das Ding ist dreckschä. Warum hat das keiner reiner gemacht? Ja. Das ist im Moment noch nicht mit Belangen. Wie rennt denn der Lustiger? Das sieht lustig aus. Das hier vorne ist eine Seemmaschine. Das sieht aus wie so ne Comicfigur. Ne, wie die den anderen 20 aufhören. Das läuft doppelt so schnell. Das hier ist eine Seemmaschine. Darf hast du jetzt rückwärts ran? Ja, okay. Um, weiter, immer weiter. Ah, Fuß. Du musst gegenlenken. Wie im echten Leben. Immer schön gegenlenken. Sobald dich jemand von der Straße drängt, musst du gegenlenken. So, hab ich hier so. Oh, Entschuldigung. Das ist brutal, ne? Manche mögen es härter. Wird es zu entgegen? Weiter, weiter. Ganz langsam. Ganz langsam. Bis Kuh aufleuchtet. Bis ne Kuh aufleuchtet? Wo, wo ist denn die jetzt? Bis ne Kuh leuchtet? Ich stelle, die hat nun die Milka Kuh. Ich stelle, die hat nun keine Pferde. Bis die Taste Kuh leuchtet. Ach so, die Taste Kuh leuchtet. Nicht die Taste Kuh. Die leuchtet mir bei mir immer. Nicht die Taste Kuh. Nicht auf der Taste Kuh. Nicht auf der Taste Kuh, sondern auf dem Bildschirm. Mir zeigst du jetzt bloß Kuh an. Es leuchtet nicht direkt, sondern es ist so komisch. Ist das richtig? Dann drückst du mal auf Kuh. Auf Kuh? Auf Kuh? Was auf dem Bildschirm? Auch geht nicht. Die Taste. Du warst mich fertig. Oh, übel. Was ist denn hier für ne Puppe rum? 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 Ich muss da und so. So, jetzt und jetzt. Lass das Ding anfangen? Ja. Dann drückst du mal so lange auf Z. Bis dort unten Gerste stehen. Musst du dort unten Gerste stehen? Das steht doch nicht da, Thomas. Ja, das sind... Ach so, Symbol. Was ist denn das für ein Symbol? Das ist so ein Stab, viele Punkte und dann Striche oben drüber. Stab, viele Punkte. Weizen mit Strichen oben drüber. Ah, wie so Weizen mit Tripper. So. Genau. Alles klar. Doch. 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 So, und jetzt? Jetzt fährst du... Rechte Feld, oder? Auf Feld 19? Auf Feld 19. Warte. Oh, gut. Wir färden da losigen. Auf Feld 19 ist ja gleich hier gegenüber. Ach so, wo du bist. Ja. Ach da. Okay, ich seh dich. Ja, okay. Ja. Ja, hab ich da. Mamma mia schmplins. Mamma mia schmplins. Mamma mia schmplins. Alles geklappt, das ist schon. Ne, ne. Jetzt rückst du erstmal X zwischendurch. X. X. Gucken wir mal an hier. Uup, uup, uup. Ey, soll ich das schon hier? Jetzt stellst du dich so hier her, dass du in die Richtung gucken kannst. So wie ich jetzt stehe. So wie du? Okay. Nicht nur gucken, auch dass Fahrzeuge in die Richtung stellen. Ja, dass Fahrzeuge in die Richtung... Ah, okay. Das Fahrzeug stellst du in die Richtung, dass du gerade zu mir guckst. An der besten nicht unbedingt so schnell, dass du auch was steuern kannst. Ach so. Jetzt drückst du V. Hast du Speed? Doppelt Speed? Ne, der läuft wie so, wie so in so einem Schwarz-Stummenfilmer. Das waren schon. Drückst du erstmal V. V. So, dann drückst du B. Jetzt kannst du ganz gemütlich hier übers Feld fahren. Der Bumat aktiviert? Cool, wie geht... Kann ich da loslassen oder was? Ne, ich muss einfach nur drücken. Der fährt automatisch bloß eine bestimmte Geschwindigkeit beim Sehen. Ach so. Alles schön, alles muss schwarz sein. Was? Also so, so grau ges... So, so wie es aussieht. Ich dachte, der wär immer ne Fuge... Hat er nie gesagt? Ne, das ist mit rosa Fuge, was du meinst. Ja, deswegen wie ernst nicht. Ja, ist ja egal. Na, Mam, Mam, was ist denn jetzt? Ja, komm her, ich bin wohl. Ja, wir mussten schon wieder abholen, weil er besoffen ist oder was? So, ich mach das jetzt hier einfach, ja. Ja, ich komm zwischendurch zu mal rüber. Ich guck mal fix rüber, was er jetzt treibt. Aber wenn du angekommen bist, drehst du einfach rum und fährst nochmal zurück. Aber nicht auf der gleichen Spur. Ach so, oh. Oh, Menno. Das ist ja langweilig. Naja, es ist nicht unbedingt... Es ist unbedingt gerade gerade, aber naja. Es ist nicht unbedingt gerade gerade. Also gerade gerade ist es nicht, aber es ist gerade. Naja, Mensch. So. Gibt's hier ein Rad, wie du günstig das Radschuh anmachen? Ja, du kannst das Radschuh anmachen. Dann musst du auf die Taste 5 drücken. Die Taste 5. Kann ich da durchschalten? Dann tust du mit 4 und 6. Tust du schalten. 4 und 6. Wie kann ich den in den Sender wechseln? 4 und 6. Also, da hab ich nicht verstanden. Und Lechow. Ja, aber pass auf, du schaltest auch lizenzierte Musik ein. Oh, scheiße. Dann machen wir da raus. Also hier Peggy. Also bei... Es gibt Livestreams sozusagen. Ah, okay. Und ähm... Die sollte es aber halt nicht mehr. Ja, ja. Sonst... Muss ich sagen, gehen wir mal. So, jetzt hier wieder hoch. Genau. Du hast die doppelte Geschwindigkeit. Das sieht so scheiße aus, wie du läufst. Du läufst so rückwärts, ey. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich stehe immer noch in die perfekte. Das ist... Ey, das ist echt beschissen mit den Tasten lenken, ey. Das ist echt mein... mein Pad anschließen, ey. Miau. Das ist die Cat. 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 Haust dir. Padding so. Padding so. Padding so. Padding so. Du hast ja... Du hast ja die ganze Bahn vergessen. Ne, Mensch. Das ist wie ein Intimbereich. Du willst jemanden Streifen stehen lassen, ey. Oh. Wie man's macht, man macht's verkehrt. Ja, das ist, ey. Ist man mal ein bisschen kreativ, ey. Ah. Als wir haben wir schon zwölf Jahre verheiratet. Weißt du das? Ah, ey. Es ist... Wenn du dich rasierst, dann vernünftig. Will man mal kreativ sein. Und den Bauer überraschen. Weißt du? Aber der Bauer steht... Steht lieber voll... Voll... Ja, ist egal. Ja, wir hatten keine Muster in die Felder gebaut. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, geil. Ja, wir machen Dings hier, hier, hier. Na. Ne, Kronkreise. Ne, Kronkreise. Oh. Ich gewinne den schönsten Kronkreis hier im Ganzen, in der ganzen hier, na. Ja. Dorfgemeinde. Hihihi. Was machen sie, Lusi, hier, Mensch? Und beim nächsten Dorffest wirst du dann gekrönt. Als Kronkreiskönigin. Lusika, du begutachte doch grad meinen Rennstreifen. Ja, siehst du das? Ja, siehst du das? Ja, siehst du das? Das ist Skill, wa? Ja. Weil, wie du auch schön die Wiese bepflanzt, ist auch einfach so. Ja. Ach so, ja, ja. Ach man, wenn schon, denn schon. Du warst zu faul, weil ich hab die Taste vergessen. B und A. Von, von links grün. B war's, ne? B. Ähm, Thomas? Ja. Muss das dann aber ohne weg schaffen, ne? Wenn wir fertig gemacht sind. Wieso ist das? Wieso ist das? Ja, hast du wieder in die Ege gekackt, Thomas? Weil ich die ganze Zeit hier noch rum sehe. Äh, ernte. Komm, sie schneller. Ja, 94 Prozent. Warum läuft der Lusi gar schneller als ich hier? Ich spara, nicht so weg. Weil er, weil er länger da ist. Sie sind ja Duracell-Männchen, kann ich länger da sein. Ach so, Duracell. was hätte stand hätte ich dann ist das ding so und ich mache das ding jetzt hoch mit B oder was war ich probiere es einfach mal V mit B schalzt es aus mit Tau macht es zu okay nun nicht vergessen zu schalten wenn der Tierstand iiii der strullt aufs Feld hier jetzt kostenloser Dünger ich kann man sich da noch hinten auf den Traktor stellen einfach Lull nein die Luzica kann sich nicht hinstellen Stimmt die muss sitzen da muss man einen Plastikstuhl hinstellen mit Loch mit Loch da muss sich irgendwas einfallen die kriegt einen struller schlauch weg ihr Vögel ihr Vögel geht weg ihr Reis mit dem Bauer hallo ich bin der dieser 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 total übermotivierte Praktikant ich äh aua ich bin immer noch bei 400 Prozent ich bin der rüstige Reisbauer Mithael du musst dir auch erstmal das Zeug wegschaffen und ich will mal mein Zeug wegschaffen können deswegen mache ich bei Bauersucht Sau mit ich will mein Zeug wegschaffen 3 du sie wie geil ist nicht wie sie geil sich das anhört wenn ihr das muss knackt wenn was knackt wenn was knackt mh was wenn K meine Sehmaschine okay genau meine Seelenmaschine geil du mir Seelen einfangen wow ich bin Seelenfänger so und der Rasen du bist sicher du brauchst doch noch dringend Hilfe auf deinem ne ey man immer auf den armen Praktikanten hier das Mobbing am Mobbing am Arbeitsplatz das auch noch von Moblichen wirst du ne ich wollte wechseln achso trotzdem Mobbing das ist doch hier ne das ist ein einfaches aber gutes Leben als Bau ich fasse sie dann kann ich dir mal Schweine schlachten oder sowas was macht der der jetzt hier Thomas komm mal mit stell das jetzt mal neben hast du das Zeug verkauft den Auftrag abgeschlossen nein hm warum nicht ich hab doch keine Lust erst wird aufgeräumt dann wird das Spiel hingegangen spinnter Bauer und werde sauer Lu 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 Du fährst mit dem Anhänger nicht unter die Maschine gekommen bist. So. Du kannst den Maschinenausleger hochfahren selbstständig, ne? Ja, hatte eine andere Maschine vorhin meine... Naja, aber er hat ja gesagt, er ist nicht drüber gekommen. Du kennst das Problem vielleicht nicht, wenn man einfach zu große hat. Anhänger mehr nicht. Jetzt noch ausreichend drücken, ja. Ja, wir singen Radelnö. Wir singen Radelnö. Ich muss gerade durchchen, sei ich für'n Arscher jetzt. Bin ich hier auf dem Feld, in der Dresdeutsch dazu steht. Siehst du, wie das ausfahren geht? Einfach hinten drauf gelegt, ausgesät. So schnell geht das. Dies Kurtkorch-Takt schon wieder raus? Was? Was willst du rauslassen? Und der Tier jetzt trullt gleich auf meine Saat, tut meine Saat gleich befruchten, die Drecksau. Das klingt schon wieder so falsch. So was von falsch. Oh scheiße, ich tue ja schon wieder die Wiese beackern. Das ist typisch Michael, er ist gerade dabei, aber er will unbedingt noch... Ach komm, irgendwas war, ach komm. Oh Thomas, mach meine Scheiben nicht, Drecksch. Mann, ey. Das Zeug kriegst du nicht wieder weg. Das kriegst du nicht wieder auf von der Scheibe, gell? Das kriegst du nicht aus der Klamotten. Äh, nee. Okay, fein. Äh, äh. So schön. Hm, nein, ich steh. Warum lese ich eigentlich mal links diese Scheißdinger? Steht da alle die Buchstaben, die man zu drücken muss? Ja. Ja. Wenn die Polizei vorbeifährt, ja? Da halt ich erstmal an, ja? Jetzt die Werbung. 300 Menschen können ich richtig lesen und schreiben. 300 Menschen? Ja, haben die im Kloster nicht gelernt oder was? Menschen. 6% aller Deutschen können ich richtig lesen und schreiben. Michael, wir möchten dir nur helfen. Hab ich das? Ach, fick die Hölle. Jetzt hab ich das Ding vergessen runterzufahren. Wenn die Polizei vorbeifährt. Hast du drei Bahn gezogen, weißt du? Ja, schön. Das hat er nicht gemacht. Ah, das ist ja, weil er um mir kommt was, ne? Ach, halt die Fresse, bleib stehen hier. Ich hab Vorfahrt mit dem Traktor jetzt hier. Bleib stehen. Also das Bonsenschwein. So, ja, da war. Wenn die Polizei vorbeifährt, ja? Dann halt ich erstmal an, ja? Wenn der Zieser aus der Schachtel kommt. Dann, was macht ihr noch Schönes? Und sonst so? Äh, was ist denn das? Was? Du Sieger, hast du noch zufällig was in der Wandlinger? Ja. Also, also die Kartoffelerntemaschine ist weg, aber ich hab nicht mehr zum Abgeben und der Auftrag ist noch nicht fertig. Ich, ja, ich kaller grad eine Kartoffel hier. Die Riesen-Kartoffeln. Aber, doch, doch. Thomas, wir haben einen neuen Traktor und einen neuen Anhänger. Wieso? Nicht, der Auftrag ist noch nicht fertig, aber die Maschine ist weg, ich kann nicht mehr reinzwecken. Weil ich grad drin sitze und dein Rest kommt. Achso, du sitzt doch drinnen, sag das doch. So ein Held. Haben wir wohl ein Erdbeerfeld? So. Du bist ruhig. Ah, ich bin der Praktikant, Entschuldigung. Ich nix verstehen, nicht Praktikant. Ich mache bei den Kornfeld. Ich bin nicht höflich, ich bin nicht von hier. Mach es auf, du sollst sehen, nicht singen. Entschuldigung. Du musst dir richtig reden, nicht nix verstehen. Nicht singen. Ah, Fehl, nein. Jetzt Borko sagen. So ist der Traktor schon so groß. Borko, ey, ich bin schon rüst drin, ey. Jetzt krieg ich dann Borko Schweinehacks oder sowas, ey. Hier hast du kein Geld haushalten. Immer neue Fahrzeuge her. Wieso denn? Wollen wir was sparen? Ich bin neun Fahrzeug, so. Es steht ja an der Abrechnung, neue Fahrzeuge. Machst du eine Abrechnung? Kalk, ich wächst. Kalkfahrzeuge. Klerasie? Ja, für Pickel. Ne, Talg-Fahrzeug. Haha, okay, der war flach. Der war dreckig. Wie Talg. Also. Hab ich dann meine Melle schon verdient, wenn ich hier fertig bin? Was macht denn der Max da wieder? Achso, alles klar. Wer der über mein Feld ist, aber geht's noch hier? Das ist gar nicht dein Feld. Das ist Thomas sein Feld. Ich bin noch ein Praktikant, aber kann ich doch hier, ne? Muss ich ja auf das Feld aufpassen. Haha, das ist übermacht. Wenn die Polizei nicht vorbei ist. Er hat ja so viele Kartoffeln liegen lassen. Ich bin hier, ich bin der Praktikant aus Berlin, wa? Ich komm aus der Stadt, wa? Und will mal kicken, was das hier auf dem Land gibt, wa? Haben die aber Semmeln da? Ich hab langsam Hunger, ja. Ich tu dich gleich kicken, ja. Ich sag dir, dat der eh. Haha, Kalk, oh, verdammt. Was? Sollst du das ja auch, sollst du das ja auch in den Anhänger tun, nicht? Die Schaufufu, oder was? Vor dem Schlachten, Thomas, vor dem Schlachten. Okay. Ich hänge am Auto. Wenn die Polizei vom Meister ist, ja. Und dann ist nichts mehr an, ja. So, so. Ja, Michael. Lulululu, was? Michael, ich weiß, du wär gar nicht. Ich glaube, du hast deine Gummistiefel vom Schlachtspiel. Was? Meine Gummistiefel? Oh, Alter, die sind viel Verkehrsraudis hier, eh. So. Warum hab ich das jetzt eingesch... Du holst ihn mir aufs Dach, oder was? Nein. Da empfehle ich, die letzte Word of Warships Folge 81 anzugucken. Bis zum Ende. Bis zum Ende. Sein Los Liga ist so Perfektionist. Er sammelt noch alle Fisselchen ein. Weil, äh, hat doch wer liegen das? Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Die dicksten Bauern haben die... Naja. Und Los Liga hat den dicksten Vorbauern, seine Bäuerin. Die dümmsten, praktisch halt nicht mehr. Was? Was? Naja. Was hat er jetzt noch gesagt? Der Staubsaug auseinanderfällt. Wer fällt auseinander? Der ist auseinanderfällt, der Staubsauger. Ich glaube, der fällt gleich auseinander. Der war auch schon so gut wie kaputt. Hier ist noch eine schöne Reihe. Wir sind noch drei, vier lange Reihen, ne? Geht sich das so aus? Das ist Kunst, Mann. Boah, ey. Sie. Ich hab doch gar nicht mehr gesehen. Achso, ich dachte, du meinst mich. Ich mein die, du Sieger. Die, du Sieger. Du weißt, du bist Angel Major jetzt hier, ne? Ja. Das ist jetzt der I-Bash. Und wir sind alles notgeile Bauern. Das ist jetzt so Fahrzeuge, wo du niemals rein darfst. Kennst du, wa? Das war aber jetzt eine gute Vorlage. Das geht nicht mehr weg. Guck mal, ich wollte die Rennstreifen wegmachen. Seit wann musst du hier alles einsammeln? Ich fahr extra über den Rennstreifen. Ich hab das aber runtergedrückt, oder? Ja, die wird trotzdem Seite eng. Nee, V ist senken, B ist einschalten. Das ist eigentlich auch nicht so. So, und jetzt läuft's, oder? Nee, B? Jetzt ist er an? Hm. Ist er an? Aber jetzt ist er an. Jetzt ist er an. Maschine abschalten steht jetzt bei B. Jetzt ist er an. Nee, du brauchst bloß über dem Hilfefenster. Wird dir doch so ein kleiner Traktor angezeigt. Ach, wenn hinten das Teil irgendwie gelb ist, dann leuchtet man. Wo orange leuchtet, ist es an. Ah, sehr gut. Ich guck mal, ich schaff mal schnell weg. Mal sehen, was passiert. Weil heutzutage sind die Rennstreifen nicht mehr modern. Die wollen ja das Feld immer komplett nackig haben, ne? Ja, ja, schon. Ich meine mal, solange es jetzt hier, ne, an der Talsperre glatt ist, ist ja okay. Aber man kann ja auch kreativ sein, ne? Weil, das saust ja wieder in meinem Feld hier, oder? Ach, ey, das ist gerade frisch. Ich hab gerade frisch gesehen. Der Thomas hat weiß gesprüht auf dem Feld. Das klang schon wieder so falsch. No. Das ist hier, ne? Ja, guck dir das Feld da mal an. Das sieht aus wie geschnallt. Was? Geschnallt? Zum Glück hat's Disco das gerade abgebogen. Das ist gekalbt. Nimm mal der Schwarzwächtlampe mit. Das ist Nährstoff. Sieht ihr nicht bei CSI? CSI. CSI war ne Eickel. CSI, genau. CSI Piskowicz. So. Muss doch gleich fertig sein. Das kann doch nicht sein, dass es irgendwie 3% harbiert. Kann ich das jetzt zumindest nicht mehr ernten, weil mir kommt jetzt dieses Fahrzeug, das ist für Lohnarbeit reserviert. Was? Wahrscheinlich fertig. Ich geb den Kack jetzt an der Ab. Mal sehen was passiert. Hast du noch was drinne, oder? wenn die dann fehlen ist ja doof wir noch mal fahren aber da kannst du stöcke da kann ich mit fahrrad fahren das ist der vernotfall ist der vorrat geben jetzt bist du nicht fertig hier mit dem feld ja ich hab bloß noch hier du weißt schon das ist feinschnitt ja vorne mal über die rand über die kante hier so jetzt mal übers wixfeld wo muss jetzt das ding hin wo muss ich ihn hier vorne am rand hier noch mal so immer noch bloß 97 prozent wenn die polizei vorbeifährt ja position dass ich viele wie viel prozent ich gemacht habe das ist an den fünf prozent haubert hier es ist ein bisschen die 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 ich hab noch fünf kartoffeln Im Harvester, Trinksgeschimpf, wenn die fehlen. Hör was jetzt? Warum hast du jetzt abgeboren? Na, weil sie nicht mehr auf der Reihe liegt. Warum? Ja, es war doch nichts mehr zum Ernten, es war noch 4% übrig. So, wo soll ich das wieder hinstellen, Herr Lehrmeister? Du willst ja erstmal zusammenklappen, also X drücken. Ah, X drücken. Du, 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 du. Gott, ich kann sie gleich mal einparken, ich meine. Ja, hier, du bist den ja so rückwärts hier so dazwischen. Bist du sicher? Ob ich das machen soll? Ja, ist doch bloß der Austausch zwischen 200.000 Traktor mit Anhänger oder eine halbe Million Metre. Also, löse ich da. Gehen wir doch nicht den Weg. Hm. Kommst du mal kurz hier Ruhlbohr zu dem Pick-Up. So weit doch schön, ganz glücklich. Also, ich hab vor und festgestellt, es funktioniert. Ja, so ist alles von meinem Denken halt. Wenn du auf Entladen klickst, dann stehen wir. Ja, so ist es richtig Denken, langsam. Also, es geht jetzt weh. Ja, weiter. Weiter, weiter, weiter. Ein Stück mehr Denken. Genau so. Nach rechts. So, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Da wurde schon gerade ein Mensch. Jetzt, stellst du nun. Äh, abkoppeln war... cool. Und jetzt? Kann man hier irgendwie sauber machen? Mit dem Kehrschatz? Warte, du bist. Macht ganz ruhig. Warte, du kannst was erobachten. Das tut schon wieder penetrieren. Der geile Hänger, der geile Hänger, ey. Na? Hey, mach mal rennen, Alter. Ja, Michael, komm mit. Moment, was ist das? Guck mal her. Ah. Das heißt, ist die mitten in der Kupfstrecke? ja anders konnte ich nicht hin platzieren das ging nicht daneben zu stellen wie der spritzt alle an die bemerkst du bist du mit t-shirt kontest die haben motoren angelassen was war auch immer dass die fahrzeuge sauber machen ja okay mach es so wie rein müssen das benutzen er warum er ist das erst nicht weil du dich hier nicht reinsetzt die europäische eine men-boot alles auch ich spritze gern ob nah ob fern ob groß ob klein muss doch mal rumgehen und alles richtig überall muss es sein nicht was ihr die habe ich verschenkt was sollte das ding hier oder rat ja ja hier bleiben stehen wir stehen nimm mal einen schluck ja das alles richtig sauber machen Ich spritze ja schön, was rennt die nicht mehr dazwischen, ihr wollt ihr gar nicht mehr T-Shirt, seid geil so. Drück mal R. Ja, nochmal R. Ja, drück mal R. Wie jetzt? Drück nochmal R. Drück nochmal R, ja, R. Und? Das heißt Ding nicht aus der Hand. Dann musst du wieder hin. Warte. Ne, ich krieg's nicht mehr aus der Hand. Du musst da oben drücken, wo es steht, weglegen oder abbrechen. Ach so, mit der Maustaste drehen. Und jetzt so? Hier, guck mal, pass auf. Richtig schön alles ab. Richtig schön, da war alles einzeln richtig sauber. Du musst mal von der Seite, sieht das irgendwie falsch aus. So, richtig schön hier. Guck mal hier, schön hoch. Schön, das glänzt auch hier, das glänzt du. Guck mal wie der glänzt. Ja, 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 hey. Leike Profi. Der Gergen. Oh, das kannst du warten auch noch. Was? Muss man denn hier? Ja, du musst. Warte. Warte, wer mein Dings klaut, ey. Wer ist sauber? Dein Lulu? Ja, so dreckig, hm? Seid ehrlich, der ist dreckig, hm? Hier, komm, mach mal sauber. Der ist dreckig. Der ist dreckig. Könntest du dich mal richtig zusammenreißen? Ach, Entschuldigung. Das ist ja irgendwie. Das Spiel irgendwie, das macht den ganz klar. Das sieht immer so harmlos aus. Ach, das Spiel. Das Spiel. Du, äh. Habe ich den jetzt sauber gemacht? Den habe ich sauber gemacht. Guck mal, ich kann durch die Scheiben spritzen. Oh. Oh. Echt? Oh. Diesen Schmerz. Machst du mal noch so was? Der Gerät ist sauber. Der Gerät, aber siehscher doch, siehscher. Ich bin der Spritzer. Und dein Flitzer. Thomas, Thomas, guck mal. Guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal. Das fällt, ey. Gerade sauber macht, ey. So eine Kacke jetzt. Ey, so schnell wird er nicht drin. Ich lasse mal. Warte, ja. Warte, ja. Warte, ja. Nur damit ich euch plagen durchfüttern kann. Ich bin zur Frage. So, ne? Ich hab mal im Spiegel gesehen. So. Gänzt denn nicht alles wieder? So. Willst du mal was für die Gemeinheit tun? Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Allgemeinheit. Was ist denn? Warte, nimm mich doch mit, au. Ja. Ja, ich muss auch. Aber, ne,асс, jetzt… Oh, das ist. Ander Physik entscheiden, müssen wir das machen. Plötzensa pressed daneben? Ja. Und ns. Die unleash Dobl authority ist ja nicht wahr. Ich hab die Kabel zugeschneitzt. Hier sowieso. Au. Mensch, oh Och. Alter. Pass mal auf hier. Wait. vent auf auf, sfarte. Joach. Ich hab's gesehen. Ta Instead. Geck, Geck. so du wir sind schon bei 40 minuten die aufnahme die haben ja nichts zu tun ich bin ja schon 48 stunden durch das ist ja eigentlich das ist deine kiste da kommst dann rein das ist für besonders fette ich brauche mir mal das gerät ja kein zu halt stopp ich soll jetzt nicht dazu das gerätbogen und zur gegenleistung kriegst du eis mit ja auch cool jimau eins muss man was zeigen bevor ich hier ja weil das reicht jetzt von der folge mit den zaubernen traktor mit den zaubernen traktor den ich hier putzt aber das ist also der klein ist wie die sahen jetzt es drückt jetzt was sie wähle aus was in das fahrzeug geladen werden soll das wo man laden soja bohnen ok soja bohnen und start ja das spritzt aber schnell der sammlu jetzt jetzt machen wir ein paar grundlagen jetzt drückst du mal auf der escape es gäbe ok und jetzt so da guckst du mal dritte bei soja bohnen das ist das 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 kannst du wieder ein zettel du musst erst mal aufs zweite also neben der zweite draufklicken 1 2 3 4 5 6 das letzte oder es ist nicht das letzte oder wo ist das sechste ach so das ist das letzte das ist das seite soja bohnen jetzt guckst du auch nach wie die preise sind siehst du da 1.44 1.2 10 1.4 1.4 1.4 1.3 zum beispiel ja das geht aber runter es geht runter das ist wo ist das getreidespeicher ja dann sucht los du musst jetzt hinfahren und verkaufen du fährst jetzt hin und dann kippst du das zeug ab ah getreidespeicher da gucken wir schnell auf die 9 9 9 wo ist es ja nochmal 9 wo ist es wo kann man das lesen getreidespeicher das ist unten rechts ah unten rechts los dann geben wir gummi wo ist mein picker bin der hat über mein picker geklaut hinterm haus hat einer versteckt ach ne da ist er den hatte ich dort hingestellt zu also ich bin da also falls ich wollte kurz ne wenn man trauriger die dinosaurea nö sie haben hauptsächlich oder was oder ne ne ich hab dann einen attentat auf dem wo hast du oder einen attentat auf dem ach ja ich glaub der hat die metra schon umgekippt ich muss nicht mehr versteht doch irgendwie so so oh hier ist ein wasserfall die dinosaurea so muss ich sagen ich muss hier runter ne ja komm blinken kann das nicht klinken aber scheiße naja ist ein trecker ein trecker der verdreht einiges so so was hast du was hin später dann okay nur noch vier Augen aha kann man eigentlich auch die Züge muss man sich einen Zug kaufen nein brauchst du mir Geld rausch ja ganz viel was musst du jetzt machen mit dem Zug ganz viel eigentlich mit dem Zug kannst du dann dein Zeug von um die Stadt rum rum kommen ja bloß wie du den Zug kriegst ja indem du zum Zug gehst ja hier ist ja noch so ein Zug indem du erstmal zum Zug kommst ha 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 das ist nicht so einfach ja die dinosaurea au 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 scheiße thomas hilfe hilfe ah ne geht 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 hier gibt es doch funktionierende Leitplanken die darfst du nicht so reißen die erste hat er ausgewichen die andere ist gib gas soll ich jetzt mal den 257 pro zurücksetzen ja ach das kreisverkehr ich war verkehrt um den kreisverkehr nach dem Meter weg jetzt reise Spicer Ost wie komm ich nicht zu dem Getreidespeicher Ost so jetzt fährst du dann die nächste Ausfahrt fahren sie links ok nächste Ausfahrt links ah da kommt ein Tuch Tup 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 jetzt rein Spicer Ost da bin ich hier halt was aua achso du sollst sie doch nicht vor den Tuch schmeißen so kommen sie mir hinterher getuckert jetzt zucker ihn hinterher ach sich die Hölle au 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 warum kann manche schilder durchfahren und manche nicht weil es ein bahn schranken schuld ist das kannst du nicht durchfahren guckte du sieg hast viel schneller da gewesen als du hat ja auch ein teleporter genutzt genau und was jetzt die drücken oder ja jetzt ja die falsche seite entladen es gibt geld jetzt krieg mal geld jetzt war ich im buff als bau hat man ja sonst nicht jedes mal wenn sie sich drehte ist darstellen weshalb ich so boss aller kommst du nicht rein das ist die arme übelst angewinkelt das sind diese maskulinen bauer war bauen weiter was ich habe noch nicht anguckt hier das mädel und alle die gleiche sonnenbrille ja ja vor allem die anderen die sonnenbrille jetzt klaut ihr meinen träger hier träger klar ja gut leute ich würde sagen also erstmal für die folge würde ich sagen sagen wir jetzt alle mal tschüss weil wir sind schon bei fast 50 minuten und die lucine ist mir garten ja ihr habt ja gesehen überall erfolgt wir über jetzt ist der face wenn es euch gewandert so ist dann ja insta face und sowas und was machen denn die schon wieder hier und ja ne und ja glöckchen klicken abonnieren liken und wenn ihr natürlich mehr davon sehen wollten ja sehen wir ja dann wie vieles wie viele views wir haben dann kommt bestimmt noch mal ein was der lucica will einbrechen oder was jetzt kommt der tsch und wie der rennt guck mal zu was steht farmbubble unten dran was das sind die ihr kennt ihr die noch das sind die aus den 90ern die die kaugummi automaten 10 cent puppe am automaten jetzt muss kommen die freut sich um naja jetzt willst du mal einbrechen hier das ist jetzt da ein brech simulatoren naja gut wie gesagt dann sage ich mal ciao und ihr wisst ja wenn es euch nicht erfahren hat dann wir müssen jetzt schluss machen wird es noch bekloppt dann sage ich mal lieber hallo 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 hallo